Fünf Strategien und Übungen, um sexuelle Blockaden und Schamgefühle zu überwinden, damit du ein befreites, erfülltes Liebesleben führen kannst. Bleibe jetzt dran, das wird jetzt mega, mega spannend. Wie ich schon in meinem letzten Video sagte, Schamgefühle können tief in uns Menschen verwurzelt sein und unsere Intimität mehr beeinträchtigen, wie wir so bewusst glauben. Denn Schamgefühle führen oftmals ein sogenanntes Schattendasein, das bedeutet, sie wirken im Untergrund, im Unterbewusstsein auf unbewusste Art und Weise und das macht sich dann eben an verschiedenen Bereichen bemerkbar, sodass sie uns eben auch daran hindern, dass wir uns vollkommen fallen lassen können, dass wir unsere sexuellen Bedürfnisse ausleben. Geht alles dann nicht, wenn starke Schamgefühle da sind. Doch mit der richtigen Strategie und mit ein wenig Übung kannst auch du es schaffen, diese sexuellen Blockaden loszuwerden. Die erste Strategie ist, sich der Scham zuerst einmal bewusst zu werden. Und dazu ist es eben wichtig, sich selbst ehrlich zu hinterfragen und die zugrunde liegenden Gründe für die Gefühle zu erkennen. Und dazu möchte ich dich einfach mal jetzt zu einer sehr, sehr einfachen Übung einladen. Schreibe alle Gefühle auf, die du bei der Sexualität erlebst. Vor, während und danach. Schreib doch mal auf, wie es dir dabei geht. Notiere deine Körperempfindungen, wie sich dein Herz anfühlt, wie sich dein Bauch anfühlt, wie sich natürlich auch die Intimbereiche anfühlen. Schreibe alles auf, was dich in diesem Moment auch innerlich stört oder belastet. Das ist eine Art der Selbstreflexion, also du setzt die Lupe auf dich selber drauf und das wird dir dabei helfen, deine Emotionen besser zu erkennen, deine körperlichen Reaktionen besser wahrzunehmen und eben auch zu verstehen und kann eine mögliche Lösungsstrategie darstellen. Die zweite Strategie beinhaltet die offene Kommunikation mit dir selbst und mit deiner Partnerin. Durch das Teilen unserer Gefühle können wir eine vertrauensvolle Atmosphäre und Basis schaffen, um unsere Schamgefühle letztendlich dann zu überwinden. Und dafür probiere doch einfach mal folgende Übung aus. Setz dich in einem ruhigen Moment mit deiner Partnerin zusammen und sprech über deine Ängste. Also rede wirklich mit ihr darüber, was dich belastet, was eine Angst ist, gerade auch besonders im Bereich der Sexualität. Sage ihr deine Unsicherheiten. Sage ihr, was dir gefällt. Sage ihr aber auch, was dir nicht gefällt bezüglich eurer Sexualität. Teilt euch einander mit, wie ihr euch auch gegenseitig unterstützen könnt und so schafft ihr es, eine stärkere emotionale Verbindung zu euch aufzubauen und das stärkt die Bindung und das Vertrauen in der Beziehung generell. Habt da keine Angst vor. Durchbreche dieses Tabu. Auch du kannst das. Ich weiß das. Als dritte Strategie werden wir uns mit verschiedenen Entspannungs- und Atemübungen beschäftigen. Diese Techniken können uns da helfen, im Moment verankert zu bleiben und uns nicht stören lassen von negativen Gedanken oder von negativen Gefühlen. Wir können diese negativen Gefühle befreien durch eine ganz einfache Atemtechnik. Und dazu möchte ich dir jetzt folgende Übung mitgeben. Das ist die 4-7-8-Atemtechnik. Und das funktioniert so. Du atmest etwa 4 Sekunden tief ein bis in den Bauch. Dann hältst du den Atem an für etwa 7 Sekunden. Die Luft halten. Und dann atmest du langsam 8 Sekunden lang aus. Diese einfache Übung hilft dir sofort dabei, dass dein Nervensystem aus dem Stressmodus in den Wohlfühlmodus überschaltet. Das hilft dann wiederum dabei, dass die Gedanken stoppen, dass deine Gefühle sich ändern, dass deine Sexualgefühle auch wieder zurückkehren und kann dazu beitragen, eben negative Gedanken und Emotionen zu klären. Probier es doch einfach mal aus. Und schließlich ist es natürlich extrem wichtig, als weitere Strategie an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Denn wenn du dich nicht selbst respektierst, wenn du dich nicht selbst liebst, dann kannst du auch keine gesunde und erfüllende Sexualität erleben. Denn wie soll denn das funktionieren, wenn du dich selber nicht akzeptierst und annimmst? Das geht nicht. Deswegen arbeite an deiner Selbstliebe. Und dazu möchte ich dir jetzt auch folgende Übung mal ans Herz legen. Versuch doch einfach mal täglich für Selbstfürsorge zu sorgen. Nehme dir bewusst Zeit für dich selber. Kümmere dich um deine Bedürfnisse. Verwöhne dich. Setz dich mal in Ruhe hin. Nehme dir Zeit und wertschätze das, was du bist, wer du bist und was du in deinem Leben bis dahin geleistet hast. Das kannst du in einer entspannenden Minute tun. Vielleicht auch eine schöne Massage, eine geführte Meditation oder Naturklänge. Oder du gehst in die Natur raus, in den Wald ein wenig spazieren. Tu dir einfach was Gutes. Dazu rate ich dir, mach es heute noch und nimm dir einfach eine halbe Stunde, die nur für dich da ist, wo es nur um dich und deine Bedürfnisse geht. Und dann kannst du merken, wie all diese Strategien dich befreien von den sexuellen Blockaden. So kannst du es auf Dauer schaffen, dich von negativen Schamgefühlen zu befreien. So kannst du es schaffen, im Bereich der Sexualität wieder aufzublühen. Wenn es dir gut geht, wenn es deinem Körper gut geht, dann werden auch die sexuellen Reaktionen immer mehr wieder kommen. Falls das nicht so ist, dann scheue dich nicht, dir Hilfe zu holen. Nehme zu uns Kontakt auf, hier unterhalb des Videos. findest du den Link zu einem anonymen Beratungsgespräch. Gemeinsam sind wir eben stärker. Deswegen lass uns unsere Kräfte bündeln. Wir schaffen das. Bis dann. Dein Nils. Ciao, ciao.